so hallo youtube wir haben für euch das dritte video vorbereitet dieses mal waren wir unterwegs im opel astra opc der baureihe j bei dem auto wurden folgende art veränderungen verbaut es wurde eine downpipe verbaut in dem fall eine catless downpipe das heißt der full cut ist bei diesem fahrzeug entfallen und der datenstand der motorkennfelder wurde angepasst 280 ps hammer serie auf dem brühstand das video kommt im anhang schaut selber was rausgekommen ist in diesem sinne würde ich sagen bis nachher und viel spaß beim video ciao so 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 Bis bald! Ciao!